Tyd Eddy Gut dann können wir starten würde ich sagen Das passt das passt dann geht was los Imposter wo bist du? Ok Warte noch kurz und sag ich dir gleich hier Imposter gibt uns das Zeichen Imam F5 aufpassen Wir sind zu blöd sonst verflappert sich noch jemand Ihr die Also, ich wäre das. Oh Gott! Mann! Also... What the fuck? Ey, ey! Ich war bei uns verdient! Egal wer das war, er hat's verdient. Muss ich ehrlich mal sagen. Ich find's aber gut, dass ihr gewartet habt, bis mein Download fertig ist. Ich find das auch gut, dass Funi noch nicht tot ist. Aber Turm will ihn doch so gut um. Ja, der hat's auch verdient. Ich war grad auf Funi kicken. Weil ich dachte, da kann auch nur so ein schneller Kill von Funi kommen. Okay, hat mich abgeholt. Ey, kommt Leute! Kann hier nicht immer tot sein. Nein, ich skippe. Servus, skipp. Es ist rot eng. Nein, also das hat mich abgeholt mit Funi, muss ich sagen. Ich hab mich abgeholt. Ey, wär aber Wahnsinn jetzt. Sheddo! Sheddo! Das war Sheddo in Ruhe. Echt so? Könnt euch das zweite Mädchen in der Runde direkt rausholen? Ja echt, ey, das wär langweilig. Das war zu schnell. Das war zu schnell. Das war zu schnell. Können wir bitte rot rausboden? Was jetzt? Nein, Sheddo darf bleiben. Nee, 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 nee. Ich verfolge auch irgendwie ihn jetzt nicht. Sheddo darf bleiben. Ich hab den auch noch nicht ganz. Warte mal, warum hast du jetzt das Emergency-Meting? Warum? Keiner. Hab's auch nicht verstanden. Robin wollte. Robin schieß auf Sheddo. Okay, empfehle ich Robin. Ja, ist so, ne? Ich hab niemand gewählt, ganz ehrlich. Sheddo war jeder von bisher immer safe für mich. Und warum? Was ist das? Was war Sheddo jetzt? Oh, kann ich mir meine Taschen machen? Nee, 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 nee. Das darfst du nicht. Müll rochen darfst du nicht. Ich glaub, wir haben uns da wieder rausgeholt. Ich glaub, wir haben uns da wieder rausgeholt. Sag nicht, wie es ist. Ich glaub, wir haben uns da wieder rausgeholt. Ganz, ganz schwere Runde. Weil wir wurden direkt beide gesehen beim ersten Kill. Beide gesehen direkt. Direkt. Wurden wir gesehen. Und jetzt müssen wir uns erstmal wieder abwecken, weißt du? Rafi! Du gehörst! Du gehörst! Du gehörst! Du gehörst! Ich war gerade bei diesen fünf Tasten. Tasten. Können wir bitte Sheddo voten? Die macht zu viele Kills. Wie war's? Was? Was hab ich jetzt gemacht? Du gehörst die ganze Zeit Leute. Wer ist denn jetzt? Blau ist gerade tot, ne, Maxi? Also ich verstehe, dass ich mit Sheddo die ganze Zeit nicht und ich verdächtige gerade hart, äh, Robin. Weil der die ganze Zeit gegen sie geschossen hat und extra nochmal mit ihn eingeholt hat. Das weiß ich nicht. Robin hätte mich gerade zweimal wegmachen können. Ich schieße Robin mit dem Sheddo, weil wir sind beide in Admin reingegangen, sehen Sheddo wenden und tun für's töten. Ich mach jetzt mal einen kompletten IQ-Move. Ich sag, ihr schießt auf Sheddo. Sheddo, wenn deine Sheddo wirklich ist, klicken wir Sheddo raus. Und ich denke dann auch als Fuhni, weil Fuhni war vorher teilweise ziemlich lange mit Maxi zusammen. Mit Maxi, klären, wo liegt denn überhaupt die Leiche? Warte, ich hab die Verbindung mit Maxi jetzt nicht verstanden. Warum bin ich das, wenn ich mit Maxi rumlaufe? Ähm, weil Bienchen und ich waren vorher, ich hab dich erstmal beobachtet wie Maxi, hat dann ziemlich schnell die, ähm, die Schild-Aufgabe gemacht, wo man dann da, äh, die weggepackt hat, den Sheddo drücken muss. Und du hast dafür irgendwie gefühlt doppelt so lange gebraucht. Und das war schon ziemlich zass. Das ist normal bei ihm. Das kann sein. Aber dann, und dann ist er noch bei Maxi rumgelaufen. Und jetzt ist er auf einmal tot. Okay. Können wir bitte einfach Sheddo holen, vielen Dank. Wie gesagt, für mich sind es dann Fuhni. Fuhni ist für mich 100% zass und Sheddo, fürchtig, fürchtig, weil ihr schon viel zass. Fuhni hat mich abgeholt. Fuhni hat mich abgeholt. Ey, heißt es war heute. Also ich bin dafür, dass wir zuerst Sheddo rauswunden. Oder wir skippen, weil wir sind ja noch... Ich hab jetzt schon Fuhni. Obwohl, never war done 7 eigentlich, ne? Ja eben, deswegen. Ja klar, ich skipp. Ich skipp erstmal. 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 Puffy? Puffy ist disconnected. Nein? Ich hab zu lassen. Ich mach gar keinen Sinn, dass ich im Forster bin. Weil ich immer, 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 ich direkt in Frage komme. Puffy. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Das Ding ist, ich hab keine Ahnung, wo welche Aufgabe ist. Weil ich mich in diesem Spiel noch nicht so gut auskenne. Was ist denn das? Was ist denn hier für eine Aufgabe eigentlich? Ey, wir müssen jetzt hier welche weg machen, ne? Das nützt nix. Das nützt gar nichts jetzt. Aber Kevin vermutet mich schon. Deswegen könnten wir den an sich weg machen. Ich schätze, du musst jetzt mal wen. Ich baue. Ich baue. Ich baue. Ich baue. Du musst jetzt mal weh. Irgendjemand musst du weg machen. Wo sind hier denn jetzt alle? Oh Mann, ich krieg hier keinen. Ich muss jetzt gleich mal jemanden killen, das nützt nichts. Hier vielleicht jemand? Nein. Nein. Hier ist nirgendwo jemand. Wie krieg ich denn jetzt jemanden? Wie krieg ich... Hey, hier sind ja nirgendwo Leute. Nirgendwo. 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 Warte, jetzt hast du mal... Warte, wir machen kurz mal was. Ach, kann ich nicht. Hä? LOL. Danke. Was ist los? Warum durfte man das kurz? Ich wollte auch schon Dingsen hier. Wer ist das hier? Einmal hast du den Cooldown und wenn zum Beispiel Comster rotiert sind, oder irgendeine Katastrophe Reaktor oder so ist, geht es glaube ich auch nicht. Ich habe mal eine Frage, warum werden die Missionen hier nicht abgeschlossen? Ja, ist noch irgendwie einer von den... ... 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